Holz, der älteste Werkstoff der Welt. Seit über 100 Jahren fertigen wir in der Schreinerei Müller aus Holz Küchen, Türen und Einrichtungen aller Art. Für uns ist nur das Beste gut genug. Wir bestellen keine fertigen Teile, sondern erschaffen jeden Tisch, jedes Möbel und jede Abdeckung in der eigenen Werkstatt. Absolute Präzision ist für uns selbstverständlich. Egal ob an der CNC-Maschine oder beim letzten Schliff. Wenn wir Ihre Küche, Ihren Tisch oder Ihr Badezimmermöbel montieren, dürfen Sie sich auf unsere Sorgfalt und auf solides Handwerk verlassen. Seit über 100 Jahren. Was unser Team und die Schreinerei Müller so besonders macht, sind das Streben nach Perfektion. Und die Liebe zum Holz. Eine weitere Misty-Maschine. Untertitelung des ZDF, 2020